Musik Helena Higginson In einem Brief aus dem Jahre 1880 hat sie eine ihrer endzeitlich geprägten Visionen niedergelegt. Wäre es nicht ausgehorsam, niemals würde ich mich unterstehen, die schrecklichen Dinge zu beschreiben, die mir gezeigt wurden. Ich sah mich, ich weiß nicht wie und wo, an einen erhöhten Ort versetzt, von dem aus ich die Erde überschauen konnte. Zuerst sah ich eine schwarze Wolke, die Erde umkühlen. Es war eine wirklich dichte, materielle Finsternis. Sinnbild der geistigen Finsternis In welche sich die Menschen gestürzt haben Dann hörte ich das starke Rollen des Donners Ich sah Blitze zucken Und es erschien mir, als fielen feurige Kugeln auf die Erde Die bis in ihr Innerstes drangen, Felsen zermalmend Hierauf hörte ich das gewaltige Rauschen der Fluten Und ein schreckliches Trauersäufzen entstieg der Erde Mich auf die Knie niederwerfend Rief ich den Himmel um Barmherzigkeit an Durch das Blut und das bittere Leiden Jesu Christi Denn inmitten der Finsternis konnte man deutlich auf der Erde Sterne schimmern sehen Die Tabernakel seiner Liebe Dann hörte ich eine Stimme Die unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi Verkünde, dass keiner von denen, die mir angehören, verloren gehen wird Ich kenne den Zeitpunkt nicht, wann all dieses geschehen wird Aber ich glaube so viel zu verstehen Dass die Ereignisse unsere Zeitepoche bedrohen Wenn all diese Dinge vorüber sein werden Wird es wenige Menschen geben Die nicht das Siegel unseres Herrn auf ihrer Stirn tragen werden Diese jedoch werden zu Gott zurückkehren Und sich gezwungen sehen Die Weisheit des Vaters in der Person Jesu Christi Zu lieben und anzubeten Die Kirche wird dann einen großen Frieden Und eine tiefe Ruhe genießen Als dann wird Gott erkannt Angebetet und geliebt Und man wird ihm wirklich und in der Wahrheit dienen Mit 23 Jahren Empfing sie die Wundmale Christi Und die Wunden der Dornenkrone Diese begannen jeden Freitag zu bluten Im Zustand der Ekstase Seien sich häufig Bilder zukünftiger Ereignisse Am bekanntesten wurde ihr Gesicht Einer dreitägigen Finsternis Es werden drei Tage Andauernder Finsternis kommen Während dieses schrecklichen Finsternis Werden nur Kerzen aus geweihtem Wachs Licht bringen Eine Kerze wird ausreichen für drei Tage Aber in den Häusern der Gottlosen Werden sie nicht brennen Während dieser drei Tage Werden Dämonen in fürchterlicher Abscheulicher Gestalt erscheinen Und die Luft wird wieder heilen Von ihren schrecklichen Flüchen Strahlen und Funken Werden in die Häuser der Menschen eindringen Sie werden aber dem Licht der Heiligen Kerze Nichts anhaben können Denn sie werden weder durch Winde Noch durch Stürme Oder Erdbeben ausgelöscht werden Eine blutrote Wolke Wird über den Himmel ziehen Das Rollen des Donners Wird die Erde erbeben lassen Das Meer wird seine schaumgekrönten Wellen Über die Erde ergießen Die Erde wird sich in einen riesenhaften Friedhof verwandeln Die Leichen der Gottlosen Wie die der Gerechten Werden den Erdboden bedecken Die Verzweiflung Die daraus folgen wird Wird groß sein Die ganze Vegetation der Erde Die Erde wird zerstört werden Und zerstört wird auch der größte Teil des Menschengeschlechts Die Krise wird für alle plötzlich kommen Und die Strafe allgemein sein Die Botschaft von La Salette In dem südfranzösischen Alpiniot La Salette erschien am 19. September 1846 Maria Die Mutter Jesu Beide Geheimnisse wurden später von den Kindern niedergeschrieben Und Papst Pius IX übergeben Nur das Geheimnis von Melanie wurde später veröffentlicht In dem Geheimnis von Melanie Beklagt Maria Das gliederliche Leben der Geistlichen Die Geldgier Den Ehrgeiz Und die Respektlosigkeit Gegenüber den göttlichen Geheimnissen Dann heißt es weiter Frankreich, Italien, Spanien und England Werden im Kriege sein Das Blut wird auf den Straßen fließen Der Franzose wird mit dem Franzosen kämpfen Der Italiener mit dem Italiener Schließlich wird es einen allgemeinen Krieg geben Der entsetzlich sein wird Für eine Zeit lang wird Gott Weder Italiens noch Frankreichs gedenken Weil das Evangelium Christi Ganz in Vergessenheit geraten ist Die Bösen werden ihre ganze Bosheit entfalten Man wird sich töten Man wird sich morden Bis in die Häuser hinein Auf den ersten Hieb seines Schwertes Das wie ein Blitz einschlagen wird Werden die Berge und die ganze Natur Vor entsetzend zittern Weil die Unordnung der Menschen Und ihre Verbrechen Das Himmelgewölbe durchdringen Paris wird niedergebrannt Und Marseille verschlungen werden Mehrere große Städte werden niedergebrannt Und durch Erdbeben verschlungen werden Man wird glauben, alles sei verloren Man wird nur Menschenmord sehen Man wird nur Waffengetöse Und Gotteslästerung hören Die Gerechten werden viel leiden Ihre Gebete, ihre Bußübungen Und ihre Tränen Werden bis zum Himmel emporsteigen Und das ganze Gottesvolk Wird um Verzeihung und Erbarmen flehen Und meine Hilfe und meine Fürbitte anrufen Dann wird Jesus Christus Durch eine Tat seiner Gerechtigkeit Und seiner großen Barmherzigkeit Für die Gerechten Seinen Engel befehlen Alle seine Feinde dem Tode zu überliefern Plötzlich werden die Verfolger der Kirche Jesu Christi Und alle der Sünde ergebenden Menschen Zugrunde gehen Und die Erde wird wie eine Wüste werden Dann wird Friede Die Versöhnung Gottes mit dem Menschen werden Man wird Jesus Christus dienen Ihn anbeten und verherrlichen Die Nächstenliebe wird überall aufblühen Die neuen Könige werden der rechte Arm Der heiligen Kirche sein Die stark, demütig, fromm, arm, eifrig Und eine Nachahmerin der Tugenden Jesu Christi sein wird Das Evangelium wird überall gepredigt werden Und die Menschen werden große Fortschritte Im Glauben machen Weil es Einigkeit unter den Arbeitern Jesu Christi geben wird Und die Menschen in der Furcht Gottes leben werden Dieser Friede unter den Menschen Wird aber nicht von langer Dauer sein 25 Jahre reichlicher Ernten Werden sie vergessen lassen Dass die Sünden der Menschen Die Ursachen aller Strafen sind Die über die Erde kommen Ein Vorläufer des Antichrist Wird mit seinen Truppen aus vielen Völkern Wider den wahren Christus Den alleinigen Retter der Welt kämpfen Er wird viel Blut vergießen Und die Verehrung Gottes vernichten wollen Damit man ihn wie einen Gott ansehe Die Erde wird dann mit allerlei Plagen geschlagen sein Es wird Kriege geben Bis zum letzten Kriege Der dann von den zehn Königen Des Antichrist geführt wird Welche Könige von einem gleichen Vorhaben Beseelt sind Und die einzigen sind Welche die Welt regieren werden Bevor dieses eintritt Wird es eine Art falschen Friedens Auf der Welt geben Man denkt an nichts anderes Als an Belustigungen Die Bösen geben sich Allen Arten von Sünden hin Aber die Kinder der Heiligen Kirche Die Kinder des Glaubens Meine wahren Nachahmer Werden in der Liebe zu Gott Und in den Tugenden Unter Führung des Heiligen Geistes wachsen Ich werde mit ihnen kämpfen Bis sie zur Fülle des Alters gelangen Die Natur lechzt nach Rache Wegen der Menschen Und webt vor Erden Sätzen In Erwartung dessen Was über die durch Verbrechen Besudelte Erde Hereinbrechen soll Zittert Du Erde und ihr Die ihr Gelübde zum Dienste Jesu Christi Abgelegt habt Und die ihr innerlich Euch selbst anbetet Zittert Denn Gott geht daran Euch seinen Feinden zu überliefern Da die heiligen Orte In Verderbnis sind Zahlreiche Klöster Sind nicht mehr Häuser Gottes Sondern die Weiden des Asmodeus Teufel der Unkeuschheit Und der Seinen So wird es um die Zeit sein Wenn der Antichrist geboren wird Von einer jüdischen Ordensfrau Eine falsche Jungfrau Die mit der Schlange Der Meister der Unzucht Im Bunde stehen wird Sein Vater ist Bischof Bei seiner Geburt Wird er Gotteslästerung ausspielen Er wird Zähne haben Mit einem Worte Dieser ist ein Fleischgewordener Teufel Er wird in ein schreckliches Geschrei ausbrechen Er wird Wunder wirken Er wird sich nur Von der Unzucht nähren Er wird Brüder haben Die zwar nicht so wie er Fleisch gewordene Teufel Wohl aber Kinder des Bösen sind Mit zwölf Jahren Werden sie sich schon Durch glänzende Siege Die sie davontragen Auszeichnen Bald wird ein jeder von ihnen An der Spitze einer Armee sein Unterstützt von Legionen der Hölle Die Jahreszeiten werden sich verändern Die Erde wird nur schlechte Früchte hervorbringen Die Sterne werden ihre regelmäßige Bahnen verlassen Der Mond wird nur ein schwaches rötliches Licht wiedergeben Das Wasser und das Feuer Werden der Erde furchtbare Erdbeben Und krampfhafte Bewegungen mitteilen Welche Berge und Städte versinken lassen Rom wird den Glauben verlieren Und Sitz des Antichristen werden Die Dämonen der Luft werden mit dem Antichrist Große Wunderdinge auf der Erde und in den Lüften wirken Und die Menschen werden immer schlechter werden Gott wird für seine treuen Diener Und die Menschen von gutem Willen sorgen Das Evangelium wird überall gepredigt werden Alle Völker und alle Nationen Werden Kenntnis von der Wahrheit haben Die Dämonen der Luft werden mit dem Antichrist Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!